Hallo, mein Name ist Manu Ecker, ich bin 18 Jahre alt, meine Position ist Innenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren an der TSV Böbingen und jetzt seit 6 Jahren auf der VfA. Meine persönlichen Ziele sind natürlich, gute Spiele zu machen und mich weiterzuentwickeln. Und meine Ziele mit der Mannschaft sind ein Platz in den ersten drei in der Oberliga.